So, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight Version 10.9.5 und wir sind hier auf den Dracheninseln im Azurblauen Gebirge im Lager im Nirgendwo und sind hier bei Rannan Korin mit der Quest in die Ruinen, treffe Rannan und Lathos in den Ruinen von Kanta. Es gibt 2 Gold, 80 Silber, so. Und dann gehen wir doch mal in die Ruinen, dann sind wir schon da. So, also hier und geben die Quest auch wieder bei Rannan Korin ab und haben damit die Quest in die Ruinen auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne Like und Abo da, schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt hier im YouTube-Kanal und bis zum nächsten Mal, tschaui. 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 Vielen Dank.